Hallo, ich bin Kai Obermüller. Zusammen mit Christine Nahr habe ich einen Artikel zum Thema Making als OR geschrieben. Verglichen mit anderen Themen ist der Bereich Making etwas sehr Spezielles, weil es geht hier um viele verschiedene Dateiformate. Wir haben zum Beispiel CNC-Fräsen, 3D-Drucker, aber auch Lasercutter etc. Das heißt, es geht vor allem um viele verschiedene Dateiformate. Deswegen ist es aber trotzdem sehr spannend, weil wir haben im Prinzip vor allem 2D- und 3D-Materialien. Das wirklich ideale OR gibt es hier gerade gar nicht, weil wir wirklich eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten haben. Wichtig ist es hier, darauf zu gucken, wir haben im Prinzip nur 2D- oder 3D-Vorlagen. In diesem Bereich gibt es durchaus einige Standards, auf die wir in dem Artikel auch eingehen möchten und auch über die Verbreitungsmöglichkeiten der ganzen Geschichten reden möchten, vor allem was nicht nur die Dateiformate angeht, sondern auch die Medieninformationen dazu. Für die Veröffentlichung der Materialien ist es vor allem wichtig, dass nicht nur die Materialien selbst, also die Dateien, sondern auch die Medieninformationen dazu mitveröffentlicht werden. Wir zeigen in dem Beitrag einige Webseiten, bei denen das genau der Fall ist. Das heißt, da findet man nicht nur die herunterladbaren 3D- oder 2D-Versionen, sondern eben auch die Informationen dazu. Das heißt beispielsweise verwendetes Material oder Materialdicke zum Beispiel. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, guckt gerne in den Goldstein-Artikel zum Thema Making bei UA-Info.